Zur Zeit findet in Münster der Deutsche Katholikentag statt. Das Motto lautet in diesem Jahr Suche Frieden. Ein prall gefülltes Programm, viele zehntausende Besucher und Diskussionen. Da gibt es jede Menge zu tun für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für Phoenix Zeit genommen hat. In Münster begrüße ich recht herzlich Kardinal Reinhard Marx. Guten Tag. Einen schönen guten Morgen. Herr Marx, Sie haben unmittelbar vor Beginn des Katholikentages gemeinsam mit anderen christlichen Kirchen in Deutschland vor Rassismus und einem Verlust demokratischer Werte gewarnt. In dem Text heißt es, Rechtspopulismus, ja, rassistische Strömungen gewinnen an Zulauf. Herr Marx, welche Gründe hat Ihrer Ansicht nach diese Tendenz in der Gesellschaft? Ich glaube, man kann schon feststellen, dass unsere Gesellschaften nervöser, etwas stressiger, unruhiger geworden sind. Und so kommen auch neue Überlegungen auf, wer sind wir. Und Abschottung und Abgrenzung gewinnen auch an Boden. Das ist eine Tendenz. Das kann man nicht so ganz einfach fassen, aber man spürt es. Und da müssen wir als Christen, glaube ich, dagegen sagen, alles, was Menschen gegeneinander bringt in Feindschaft, Rassismus, Antisemitismus, wenn ganze Religionen ausgegrenzt werden, in der Sprache schon, wenn in der Sprache im Grunde Abgrenzung und Distanzierung propagiert wird, dann ist das für den Zusammenhalt einer Gesellschaft schwierig. Und ich glaube, so ein Katholikentag kann mithelfen, dass der Zusammenhalt gestärkt wird. Es wird ja allen Teilen über den Begriff Heimat gesprochen, vielleicht gerade vor diesem Hintergrund, den Sie ja auch beschreiben. Ich verstehe, dass Sie vor Rassismus und Ausgrenzung warnen als katholische Kirche. Aber muss sich Kirche nicht auch Gedanken machen über die Menschen, die sich unwohl fühlen, die Sorgen haben und Angst haben, zum Beispiel vor Kriminalität oder dem Verlust von Heimat in Deutschland? Absolut, absolut. Also ich glaube, die Sorgen von Menschen, die sagen, was ist in dieser schnelllebigen Zeit, in dieser Zeit, in der so viel in Umbruch ist, noch wirklich meine Heimat, mein Zuhause, meine Geborgenheit, das ist eine völlig legitime Suche. Und die habe ich selber ja auch. Ich meine, als Bischof weiß ich, meine eigentliche Heimat ist der Glaube, den ich überall leben kann, die Gemeinschaft des Glaubens. Aber umso wichtiger ist es für uns auch als Kirche, vor Ort präsent zu sein, in den Pfarreien. Für viele Menschen ist doch der christliche Glaube und die Gemeinschaft in den Pfarreien auch ein Haltepunkt. Und da müssen wir stark bleiben und da müssen wir stark auch unser Angebot machen. Nein, man muss diese Sorge ernst nehmen, dass man sagt, sind wir eigentlich noch in einer Gemeinschaft, die nicht hin und her getrieben wird von Desorientierung und von neuen Entwicklungen, von technischen Entwicklungen, von wirtschaftlichen Entwicklungen, politischen Entwicklungen, haben wir einen Standpunkt. Aber das kann man eben nur miteinander tun. Den hat man nicht einfach irgendwie, den muss man sich miteinander auch immer wieder neu erringen. Und auch dafür ist so ein Katholikentag oder das, was wir vor Ort miteinander tun in den Kirchen und mit den anderen gesellschaftlichen Gruppen zusammen dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Man muss miteinander reden, miteinander feiern, miteinander Heimat erfahren, dass wir zusammengehören. Und da können wir, glaube ich, schon einen Beitrag leisten. Reden wir noch über die Rolle des Kreuzes, Herr Kardinal. Welche Rolle kann das Kreuz bei dieser Heimatsuche der katholischen Kirche spielen? Ich spiele natürlich an auf den Konflikt, den Sie haben oder hatten mit Markus Söder, der ja das Kreuz in den öffentlichen Gebäuden wieder aufhängen lassen möchte. Sie haben ihn scharf kritisiert. Ehrlich gesagt, Herr Kardinal, ich habe das weder als Katholik noch als politischer Journalist verstanden. Warum haben Sie das gemacht? Ich habe, glaube ich, nicht die Idee als solche kritisiert. Das habe ich so nicht verstanden. Sondern es geht eben darum, dass mit dem Kreuz nicht einfach nur ein Symbol dort hängt, sondern dass genau das passiert, was ich eben gesagt habe. Und da braucht man eben das Miteinander. Das kann der Staat nicht alleine, oder es ist auch gar nicht seine Aufgabe, jetzt Weltanschauung, Religion direkt zu organisieren. Aber wir brauchen, wenn das Kreuz zum Zeichen des Zusammenhaltes auch werden soll, für Menschen, die gläubig sind, ungläubig, also für die ganze Gesellschaft, dann brauchen wir das Gespräch, gemeinsame Initiativen. Ich hoffe, dass die Debatte auch dazu führt, dass wir sagen, kann das noch zu einer Initiative führen, die uns hilft, in der Gesellschaft auch zu sehen, was sind die Grundwerte, auch aus dem Christentum, die für alle von Bedeutung sind. Das ist ja wichtig. Die staatlichen Dinge sind ja keine Pfarrei-Angelegenheit, aber der Staat braucht die Kirche, die Pfarreien, die gesellschaftlichen Gruppen, wenn er Werte und Überzeugungen in die Gesellschaft hineintragen will. Das kann er ja nicht alleine, das ist ja nicht nur Aufgabe der Politik. Und da meine ich, ist ein Zusammenwirken notwendig. Das habe ich ein wenig deutlich machen wollen, dass das eine größere Aufgabe ist, der wir uns gemeinsam zu stellen haben dann. Suche Frieden, das ist die Suche in Gott und mit Gott, gerade für katholische Christen. Aber Sie haben es schon angesprochen, es ist natürlich auch die Suche nach gesellschaftlicher Versöhnung, nach sozialem Frieden. Herr Kardinal, wo sehen Sie da in diesen Zeiten, ich sage mal, auch der prall gefüllten Haushaltskassen in Berlin? Da gab es ja erst vor zwei Tagen die Steuerschätzung, das Geld sprudelt. Wo sehen Sie vor diesem Hintergrund die wichtigsten Aufgaben, die die Politik in den nächsten Jahren zu bewältigen hat? Ja, ich glaube, wenn wir auf unsere wirtschaftliche Situation schauen, könnten wir natürlich zufrieden sein. Deutschland ist da ganz gut aufgestellt, denkt man. Wenn man nach innen schaut, gibt es aber auch Diskussionen und auch berechtigte Anfragen. Die Frage, wie sieht es eigentlich im unteren Drittel der Gesellschaft aus, im sogenannten, welche Einkommen werden dort erzielt, welche Arbeitsplätze gibt es dort, die langfristig nachhaltig sind, was bedeutet das dann für diese Menschen im Alter? Da spüre ich schon eine Unruhe, da spüre ich schon ein neues Fragen. Ist das auch zum Zusammenhalt einer Gesellschaft wichtig? Und die, die Angst haben davor, in eine solche Situation zu kommen, auch die artikulieren sich. Also das sind auch Dinge, wo man spürt, die Gesellschaft braucht auch hier ökonomisch, auch von den Erwartungen her, die die Einzelnen an ihr Leben haben, wie sie ihr Leben gestalten, eine gewisse Sicherheit, 100%ige Sicherheit gibt es nie auf der ganzen Welt, das ist nicht möglich. Aber das Gemeinwesen, der Staat hat mit dafür zu sorgen, dass jeder eine Chance bekommt. Und zwar eine Chance, dass er dann, wenn er wirklich oder sie gearbeitet hat, das ganze Leben lang nicht im Alter in Armut endet oder abhängig ist von anderen. Also das sind Perspektiven, glaube ich, die weiterhin auch wichtig sind, wenn wir vom Zusammenhalt in der Gesellschaft reden. Also die Rolle des Staates und der Kirche in einer unruhigen Zeit, das war Kardinal Reinhard Marx. Herr Marx, danke für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch nach Münster. Ja, Ihnen auch einen guten Tag. Ja, Ihnen auch einen guten Tag.